also okay ja das ist schlecht weißt du es auch schlecht ist ich habe mich verlaufen es ist mit einer halben stunde verspätung da bereit für die umzugs story ja ja wir haben jetzt auf ero gewartet es müsste eigentlich kommen haben wir ja ja ich habe halt hier so ein huhn und mit dem schönes gebüsch nicht aber ich kann es nicht wo fangen wir denn am besten an am anfang aller dinge ich muss noch kurz sagen ja das hatte ich mitbekommen top aber das ist halt natürlich unlucky belastend also es hat alles damit angefangen das war das eigentlich eine neue wohnung bekommen hat dann war das halt so eine sache von wir müssen jetzt einmal umziehen ich bin voll am sack weil ich kenne hier niemanden in hamburg und keiner kann mir beim umzug helfen und alle leute die ich kenne sind ultra weit weg in der w und keine ahnung auf die urlaub kriegen hilfe 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 wein wein ja oder so ich kenne wohl so ich wollte ja eigentlich eh urlaub machen ich komm doch mal auf wo moin du willst du mein umzug ja basically oh cool kins und ich hatten die selbe idee perfekt kommt ich meine ich nicht zu dem nagi kins und schieb kins und schieb kins und schieb es rein ähm wie war das noch mit den salamis jetzt darf ich jetzt kein tic tut auf jeden fall hatte dann war das eben diese eben hilfe und ich meinte also ich komm vorbei ich helfe damit und was dann halt sache war das war das hatte sich dann sprinter gemietet und es war dann halt so ok wie viel kommen denn naja wir haben auch niklas ok gut also sind wir zu dritt ok pass man muss ja dazu sagen meine wohnung war ja noch kleiner als die die ich jetzt habe das war ja basically ein schuhkarton das was ich im stream gesehen hat war ja eigentlich nur meine wohnung ja mein gedanke war bis zu dem zeitpunkt wusste ich nicht mehr ob der aufzug geht das heißt wir hätten halt das die ganzen scheiße durch das tripmaus tragen müssen aber wenn dann halt mehrere leute die ganze zeit das treppenhaus belegen da läuft man sich die ganze zeit nur die arme und in der bude ja steht man sich dauernd im weg weil die bude halt so klein und deswegen dachte ich mir okay selbst wenn ich jetzt mehr helfer hätte das wird mir jetzt nicht viel bringen weil man halt sich nur im weg steht und keine ahnung ich wollte auch nicht so viele fremde menschen in meiner wohnung haben ok ja und dann für mich war es noch so eine sache ich habe halt einen führerschein aber ich bin nie sprinter gefahren ich bin mal auf privatgelände halt verschiedene fahrzeuge gefahren so irgendwie traktor oder so aber nie im straßenverkehr und ich hasse autofahren und für mich war einfach schon drei wochen vorher so ja acha ich muss diese fucking transporter fahren weil ich nie jemand das scheint der das machen kann und ja dann haben wir diesen transporter abgeholt und das war für mich schon so k kitchen k stra tomku k listened rouge ich habe hachzehn tode gestorben auf m fahren von von warum diese von Six bis zu mir nach Hause und die Straße, wo ich gewohnt habe, die ist halt super schlecht zu erreichen, weil da überall irgendwie ganz komische Einwandstraßen drumherum führen, was ich nicht wusste, weil ich ja die ganze Zeit nicht mit dem Auto unterwegs war, sondern immer nur zu Fuß, weswegen ich halt dauernd wieder auf irgendwelchen riesengroßen, viel gefahren und straßengelandet bin, mit 8-spurigen Kreuzungen so gefühlt. Das war so feuchtbar. Also, Transporter abholen, 10 Minuten. Transporter bis zu meiner Haustür bringen, also eine Stunde bestimmt. Also, bis wir dann einen Parkplatz hatten und angefangen haben, den Umzug zu starten, hat es zwei Stunden gedauert. Ja. Mit Einparken und dem ganzen Geblubber. Boah, das Einparken, das war so furchtbar. Gott, egal was ich gemacht habe, ich habe das Gefühl, also, ich kurbel und versuche da rein zu fahren und Camus sagt, du kommst dem anderen Auto näher. Ich kurbel die andere Richtung und Camus sagt, du kommst dem anderen Auto noch näher. Und dann bin ich noch, Mann, ich fahr rein und fall, Hilfe. Ich hab doch kein Geld. Hier ist jetzt ein Creeper. Wie mache ich den kaputt, ohne dabei selbst drauf zu gehen? Also, du boxt ihn einmal und läufst dann weg. Und dann, wenn er sich beruhigt hat, boxt ihn wieder und läufst dann wieder weg. Also, immer Boxen in Abstand halten, wie so, sing like a butterfly but fly like a bee, you know? Ja, und dann hat der Umzug dann halt angefangen. Und man muss dazu sagen, wir haben den für einen Tag gemietet. Also, bis 23 Uhr hätten wir fertig sein müssen. So. Google Maps hat nicht geholfen, Ralle. Der hat mich nur in die Grenze im Kreis geführt. Also, wir hatten Google Maps, aber es hat halt nicht funktioniert. Weil es gab auch einfach keine Parkplätze, weil es fucking Hamburg. Ja. Wir hatten, wie kann man schon sagen, dass das Ding bis 23 Uhr gemietet, von 8 Uhr bis 23 Uhr. So, an sich. Ein Zeitraum, in dem man eigentlich noch einen Umzug wohnen könnte. So, von irgendwann, ne? Wir haben 20 Quadratmeter. Wie viel Zeug kann das schon sein? Nein. Das Problem war ja nicht, dass wie viel Zeug du hast, sondern halt, dass wir noch alles auseinanderbauen mussten. Und dass halt Ikea-Böbel beim Auseinanderschrauben sich einfach als einen Hurensohn darstellten, zum Teil. Ich konnte halt vieles vorher nicht auseinanderschrauben, weil ich halt einfach basically darin noch gewohnt habe. Normalerweise baut man sowas ja ein, zwei Tage vorher auseinander, damit man es nur noch abtransportieren muss. Und ich dachte mir so, okay, komm, wir sind ja zu zweit, vielleicht sogar zu dritt. Ja, das kriegen wir schon hin. Das reicht ja an Zeit, weil ich habe den selben Umzug ja ein Jahr vorher mit vier Leuten oder so gemacht. Ich sehe den Creeper da hinten, ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkomme. Ich kann ja mal ein bisschen hier rankommen auf Meda. Anyway, wir haben dann halt angefangen, das halt darüber zu schleppen und es war halt zu zweit. Also, als wäre es doch nicht schlimm genug gewesen, hat da jemand, ist er eingezogen. Ja, das wollte ich als nächstes erzählen. Also, es war halt so, dass der Aufzug kurz vorher kaputt war und dann halt kurz bevor ich ausgezogen bin, hieß es dann so, ja, der ist wieder repariert und ich habe halt riesen Glück gehabt und mich gefreut. Ja, wir konnten aber den halben Tag den scheiß Aufzug nicht benutzen, weil da jemand eingezogen ist und die ganze Zeit das Ding blockiert hat. Und nicht im Sinne von, der benutzt den halt auch, sondern der hält halt die Tür mit so einer Mülltüte offen, damit der dann in Ruhe einladen kann oder den einfach auch mal eine halbe Stunde, Stunde da stehen lassen kann in irgendeinem Stockwerk. Der hat mich halt super aufgeregt, habe den Typen angemotzt, der soll mal seinen Scheiß da wegräumen. Ich war halt einfach schon on edge, Salz des Todes. Wenn ihr denkt, ihr habt mich bei Dark Souls mal seitzig erlebt. Mach mal vier, mach mal vier mindestens. Das war schon happig. Ja, dann ging es halt so die ganze Zeit so weiter, wir konnten also langsam mal mal reinschleppen und dann kam halt irgendwann mal der dritte halt dazu, der Nachbar von Varas, der dann halt auch geholfen hat. Der war, ich war sehr froh, dass er geholfen hat actually. Aber er hat halt sehr viel geredet. Was mich eigentlich eher getriggert hat, war, dass er einfach alles an meinen Sachen, die ich hatte, also sich genauestens angeguckt hat. Und es war einfach nur so ein, bitte lass mein Zeug einfach in Ruhe, bitte fass meine Technik nicht an, bitte mach nichts kaputt, bitte bitte. Ich find's toll, dass du hilfst, aber please, please. Du hast nen Gameboy? War halt so eine Sache, wo ich halt so war. Ne, es ging eher um sowas wie, ich hab mir halt gedacht, du oder ich, wie einer von uns beiden baut halt die Technik ab, so. Ich vertraue dir da, du weißt, was du da tust. Aber so alle anderen Personen, die haben halt nicht die Permission von mir. Und wenn der dann an meinen Monitoren rumfummelt, dann denk ich mir nur so, lass die Pfoten davon, Junge. Ja. Real-Life-Creepern? Ne, eigentlich nicht halt wo, das ist halt, ich bin ja auch so glücklich, dass sie so geholfen hat. Aber das war halt einfach Stress für mich, weil ich halt auch alle zwei Sekunden irgendjemanden, also ich musste ja auch Kevo sagen, ja, die Kiste kannst du schon mitnehmen, oder das muss ich noch packen, oder ich muss das noch wegräumen, oder ja, ich weiß, dass das und das noch da liegt. Und ich musste die ja dann auch noch koordinieren, weil es war einfach super Stress für mich. Aber ging halt nicht anders. Ja, der Tag ging halt immer weiter vorbei und die Stunden schlichen so dahin und es wurde einfach nicht weniger. Die Bude wurde einfach nicht leer und der Transporter war schon bis oben hin voll. Und dann mussten wir einsehen, okay, wir müssen zweimal fahren, das geht sonst nicht anders. Und du guckst auf die Uhr und sagst, das schaffen wir niemals bis 23 Uhr. Kevo hat auch gefühlt jede Ladung auf die Uhr geguckt und ich wollte schon seinen Hals gehen. Da bin ich immer so, bitte, guck die mir auf deine Uhr. Entschuldigung, ich wollte halt on time sein. Ich hab doch selber nur eine Uhr. Ja, aber ich wusste, ja, schön, dass du eine Uhr hast, aber dann weiß ich ja nicht, wie spät es ist. Nein, du hast immer auf die Uhr geguckt und mir dann gesagt, ja, wir haben jetzt sonst so viel Uhr, wir haben nur noch sonst so viel Zeit. Und ich dachte mir, dass ich weiß, dass wir keine Zeit haben. Ja, jedenfalls musste ich langsam einsehen, okay, wir werden das niemals auf den Einzugstag schaffen. Wir müssten mindestens noch die Nacht durch bis, keine Ahnung, 1 Uhr oder so machen. Keine Ahnung, ich muss die verlängern, die Buchung, so, Punkt. Dann habe ich versucht, das zu verlängern, musste eine Hotline anrufen, war einfach so 20 Minuten in so einer 5.5.6 Hotline. Und da meinte dann der Dude, ja, gar kein Problem, gar kein Stress, ihr habt den jetzt einfach bis morgens um 8 Uhr. Die Filiale hat halt leider zu, deswegen, ihr müsst dann morgen nochmal bei der Filiale anrufen, damit ihr den einen Tag verlängern könnt. Ja, also okay, puh, gut, sei Dank, wir haben noch ein bisschen mehr Zeit, dann können wir ja jetzt ganz in Ruhe einladen und ausladen und den zweiten Fahrrad dann noch holen. Ja. Ich steige in diesen Transporter und fahre die Strecke zur neuen Wohnung, was für mich schon wieder so, oh Gott, vollgeladener Transporter fährt sich wieder ganz anders. Habe Flut und Wasser geschwitzt, komme da an und genau in dem Moment, wo ich das Ding geparkt habe, wird mir bewusst, ich habe die Wohnungsschlüssel vergessen von der neuen Wohnung. Das Ding ist, wir haben die ganze Zeit gefragt, wann war das die Tür zugezogen hat? Hast du die Schlüssel? Ja! Ja! Ja, meine, meine normalen Schlüssel hatten. Ja! Die neuen, die, die Schlüssel von der neuen Wohnung habe ich woanders gelagert, damit mein Schlüsselbund nicht so riesig ist und ich die vor allen Dingen nicht irgendwie verlieren kann, jetzt aus Versehen noch, weil da alle Schlüssel dran waren. Wir sind also in der neuen Wohnung und können die Sache nicht ausladen, weil ich keinen Türschlüssel habe und ich will jetzt auch nicht wieder mit dem Transporter zurückfahren, weil es gibt ja keine Parkplätze und es dauert ja ewig, bis man wieder da ist. Ja, währenddessen ist dann halt wahres Losgelaufen, ist mit der Bahn dann halt nach Hause gefahren, um eine Schlüssel zu holen. Mit Laufen ist gejobbt gemeint? Ja, ich bin halt da geblieben, hab's auf Auto aufgepasst und hab dann einfach Pizza für uns bestellt, weil wir waren einfach übel hungen, wir waren übel angepisst alle, es war einfach so, ne, jetzt wird sich Pizza bestellt. Und, ja, war das, kam dann halt irgendwann mal wieder, wir konnten dann ausladen, das war dann auch wieder so ein Akt, aber der war relativ, ja, es war halt ein Umziehen-Akt, ne, also halt schleppen, drüber tragen, passt und let's go. Und es ging halt so lange gut, bis halt Waraus mich irgendwann mal auch zur Pause gezwungen hat, weil ich war die ganze Zeit so, okay, wir schaffen das noch bis 23, let's go, wir kriegen das noch hin. Es ist einfach nicht rausgegangen, ne, ich wusste, wir haben bis 8 Uhr Zeit, aber ich wollte das so schnell wie möglich durchhaben. Also, ja, also man hat ja auch gemerkt, so von Stunde zu Stunde ging einfach die Kraft immer weiter flöten, so, jede Tüte wurde einfach 50 Kilo schwerer. Und ich hab dann einfach irgendwann auch Kevo angesehen, der Junge muss sich jetzt mal hinsetzen, sonst kriegt der mir gleich weg. Ich hab halt einfach ein Rotationssystem dann gemacht, dass einer immer im Auto wartet und ne kleine Pause macht und dann die anderen beiden halt irgendwas eintragen. Weil sonst, also ich musste halt aufpassen, weil der andere ja genauso. Der hat ja auch einfach da durchgeackert und natürlich einmal kurz eine Pause gemacht und andersrum die ganze Zeit sagen, ja, Frau, setz dich mal hin und ne. Das hat er gesagt, nee, ich hab das nicht gemacht. Ja, ich weiß, das wär ich dir auch in den Hals gegangen, wahrscheinlich. Ich war so an Edge, es tut mir so leid. Ich war mit Tragen beschäftigt. Oh Gott, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon irgendwie 20.000 Schritte auf der Uhr. Und das sind ja nur die Schritte, das beinhaltet ja gar nicht, wie anstrengend das mit dem Tragen war. Und wir hatten nicht mal den halben Transporter leer. Und wir wussten, da ist noch jede Menge Zeug einfach in der anderen Wohnung. Oh, ich lass mich hier schrauben. Sorry. Ja, dann... Was ist denn noch schiefgegangen? Also zwischendurch sind doch auch jede Menge Sachen schiefgegangen. Also beispielsweise dieses Hochbett auseinanderschrauben, da habt ihr euch ja einen geackert, ne? Das war so dumm. Das war... Deswegen fluchig, da ist wirklich klar. Also, Bett auseinanderbauen. Das, also... Wo war das normalerweise pennen? Super easy. Kallax-Ringer auseinanderbauen? Super easy. Dieses Hochbett von Ikea auseinanderbauen leckt mich am Arsch. Weil das sind halt die Schrauben und an den Schrauben sind die Verlängerung halt dran. Und wir drehen so die Verlängerung halt so raus, haben die Verlängerung in einer Hand, die Schraube ist auch drin. Und bis wir mal die ganzen Schrauben halt raus hatten. Ich glaube für dieses Scheißbett nur zum auseinanderbauen. Locker zwei Stunden. Safe. Das war einfach nur ätzend. Und... Ähm... Ja, so viel ist dann gar nicht so schiefgegangen. Also, das haben wir dann halt alles rübergetragen. Ähm... War das dann halt nach Hause gefahren? Also, zurück in die alte Bude. Und diesmal haben wir halt keinen Parkplatz gefunden. Wir haben uns einfach ins Wendekreis reingestellt. Einfach so... Fuck it. Jetzt ist Nacht, da will eh grad keiner hin. Da sind wir jetzt. Wir sind jetzt hier die Bosse. Also, mein Grundgedanke war halt, nachts laufen keine Politessen rum. Und wir haben ja nur noch x amount auf Sache. Den packen wir jetzt einfach ganz schnell da rein. Und dann bin ich ja schon wieder weg. Weil es war halt einfach nichts freies. Ich konnte da nicht parken. Und wie weit sollen wir das schleppen? Zwei Kilometer? Ja, und dann haben wir es halt bis... Also, Ewigkeiten durch die Nacht getragen. Und dann hieß es halt so... Jo, lass mal bitte kurz fünf Minuten Pause machen. So, ich mach Fenster auf. Wir setzen einfach auf den Boden. Einfach nur runterkommen. Und dann höre ich eine Sache. Ein LKW. Ich höre LKW-Geräusche. Dann schaue ich so aus dem Fenster raus. Sieh so Flutlicht. So, okay. LKW-Geräusche, Flutlicht. Ja, was sollte schon sein? Und dann habe ich so überlegt. So, warte mal. Aber es ist mitten in der Nacht. Da fährt normalerweise kein LKW rum. Das... Something is wrong. I'm feeling it. Und dann habe ich so geschnallt, was gerade Sache ist. Und da hat halt jemand einfach am Abschleppdienst gerufen. Oder halt die Bullen. Und unser Auto wäre halt fast abgeschleppt worden. Ich also... So war das... So war das... Ich brauche den Schlüssel. Da macht gerade jemand Faxen. Hab den Rechner geschaffen, war das. Und bin einfach gesprintet. Den ganzen Tag Umzug ist eine Sache. Den ganzen Tag Umzug und dann nochmal einen Sprint hinzulegen. Wo es halt gerade darum geht, dieses Auto zu retten. Das war so eine andere Sache. Da kommen wir so übelfertig bei dem Typen an. Und bin dann so... Ah! Nicht abschleppen würde! Danke! Oder einfach oder so... Ja... Du stehst du schon ein bisschen länger hier, ne? Und ich so... Ja, nur eine Viertelstunde. Ein Sprint zum Sprint da... Ach, ich hasse dich, Ero. Ähm... Ja... Nur eine Viertelstunde, am I right? Und... Dann konnte ich den halt so aufhalten. Aber es wird trotzdem uns in Rechnung gestellt. Aber... Auto war sicher. Wir haben nur noch einen Rechner und einen Monitor reingeworfen. Und es war halt dann. Wir konnten losfahren. Es... Es war halt so ultra dumm, weil wir wirklich... Ja, sagen wir mal... Wir haben jetzt eine Stunde da gestanden. Und haben den Scheiß eingeladen. Und wir waren sogar jetzt nicht mega laut dabei. Sondern halt... Actually... Ich hab versucht, die Tür nicht zuzuwerfen, ETC. Und wir sind nur noch oben, um abzuschließen. Und diese eine letzte Kiste sozusagen mitzunehmen. Und den... Äh... meinen Tower. Und dann wären wir losgefahren. Es war nur eine Sache von 5 Minuten. Und in diesen 5 Minuten habe ich jetzt eine Rechnung kassiert, die wahrscheinlich 50 Euro kosten wird. Plus, weil das ja ein gemieteter Sprinter ist, muss ich noch eine scheiß Bearbeitungsgebühr bezahlen von 80... Äh... Von... Von... Von 30 Euro. Weswegen das nicht auf 80 Euro belaufen würde. Ich denk mir nur, das wäre jetzt... Sprinter gekostet hat. Wollt ihr mich verarschen? Das wäre ja auch schön. Das wäre ja auch ganz schön. Das wäre ja auch schön. Das wäre ja auch schön. Also, es wäre ja auch schön. Ich bin aber... Von 50 Euro.